Ja, hallo und grüß Gott zusammen hier wieder bei Akigrafie Live nach einer sehr langen Pause. Ich möchte das Thema jetzt nicht nochmal groß aufdröseln, was geschehen ist. Es gab ja einen Blogbeitrag dazu, es gab viele Diskussionen. Herzlichen Dank dafür, für eure großartige Beteiligung. Und viele von euch haben mir Mut gemacht, weil sie mir viele Ideen gegeben haben. Und das ist natürlich großartig, weil genau an denen hat es mir gemangelt. Das war eines der Gründe, warum ich gesagt habe, ich kann, ich habe im Moment einfach nichts mehr zu sagen. Und bei dem Aufwand, den ich betreibe, der ist so gering geworden. Einfach nur, um ein Video hochzuladen. Und viele haben auch zu Recht gesagt, die Qualität hat gelitten. Dem stimme ich absolut zu und das soll in der heutigen Folge wieder anders werden. Ich möchte jetzt auch mal testweise ein paar neue Videos zeigen. Und wir reden heute über ein Thema, das uns in der nächsten Zeit ziemlich beschäftigen wird. Es genügt ein Blick auf die Preise an der Zapfsäule. Und es ist nicht nur der Sprit, wir stehen unter massiven Druck. Und ja, es wird alles teurer, wo das hinführt, weiß kein Mensch. Und ich möchte jetzt gar nicht politisieren, sondern wir müssen uns überlegen, wenn wir weiterhin fotografieren wollen und der Geldbeutel wird knapp, wie machen wir das? Und vor allem, wie holen wir dann aus diesen vermeintlich billigen Sachen, die wir uns zulegen oder im Vorderkoffer haben und sie nicht ersetzen wollen, mit neuer Hardware, das Beste raus? Und da habe ich ein paar Tipps für euch. So Freunde, wir fangen das ganze Thema an mit einem Beispielbild. Wir schauen uns jetzt mal dieses Foto zusammen an. Wir sehen ein sehr attraktives Motiv, ein Fotomodell. Und es ist jetzt aber ein Porträt. Also es ist jetzt kein überragendes Foto, wo man so ja noch nie gesehen hat. Jetzt könnte man sich überlegen, ja gut, prima, dafür reicht wohl die günstige Ausrüstung. Jetzt muss ich euch allerdings dazu etwas sagen. Dieses Bild entstand mit Ausrüstung, die sehr, sehr teuer ist. Also wir reden hier von meiner Panasonic S5. Im Moment um die 1600 Euro. Darauf war das Sigma 105 1.4. Fragt mich bitte im Moment nicht um den genauen Preis, aber auf jeden Fall vierstellig. Beleuchtet wurde das Ganze mit einem Godox AD 300 Pro. Und wenn wir das jetzt einfach mal zusammenrechnen, wir kommen halt auf Preise, die sind, wenn man über Budget redet, natürlich, das passt nicht zusammen. Jetzt kann man sich auch fragen, hey, ich habe jetzt immer gedacht, mit solchen tollen Ausrüstungsgegenständen kann man einfach viel bessere Fotos machen. Jetzt schauen wir uns das Bild aber mal eine Weile wirklich mal zusammen an. Und jetzt sehen wir halt, Bildqualitativ ist das sehr gut, sehr hohe Schärfe, gute Durchzeichnung, schöne Kontraste. Aber genau hier fängt das Thema an, mit dem ich heute das Video beginnen möchte. Nämlich es geht wie immer, wer hätte das gedacht, um das Licht. Lass uns jetzt zusammen einen Ausflug machen in Ausrüstungsgegenstände, die also Stand heute wesentlich günstiger wären. Natürlich nur gebraucht, im gebrauchten Zustand. Ich zeige euch hier eine Reihe aus einem Fotoshooting in Luzern mit der Sabrina. Freunde, das sind Zeiten, die vermisse ich heute ohne Ende. Nicht nur dieses Modell, sondern dieses freie Reisen können, das einfach irgendwo hingehen können, sorgenfrei, unbeschwert sein Fotoshooting machen können. Das sind Dinge, die kann man sich heutzutage gar nicht mehr richtig vorstellen. Wenn mir damals, das war 2017, jemand gesagt hätte, wie komplex das Thema sich entwickelt in unserer Welt, welche Aufgaben auf uns zukommen, hätte ich gesagt, hey, da mache ich morgen gerade nochmal ein Fotoshooting hinterher, einfach nur um der schönen Zeiten willen. Aber genug abgeschweift von diesem Thema. Ihr habt jetzt Bilder gesehen, die sind jetzt mit einer Olympus gemacht worden, mit einer Olympus-MFT-Kamera. Die kostet so um die 300 bis 400 Euro, wenn man sie heute gebraucht kauft. Die Olympus, ich hoffe, ich kriege den Namen hin. O-M-D-E-M-10-Mark-2, mein Gott, Freunde, was für ein Name. Und darauf das 45 mm Olympus 1.8. Und jetzt sehen wir hier aber auch schon, hey, das ist aber auch jetzt gar nicht mal so schlecht. Und das ist jetzt mit wesentlich günstigerem Equipment entstanden. Allerdings auch bei vielen dieser Bilder war ein Blitz dabei. Weil, wenn wir das Thema zu Ende denken, hätte ich natürlich damals, hätte ich die Ausrüstung seinerseits schon besessen, mit Panasonic und Sigma Objektiv und so weiter, also mit diesen teuren Ausrüstungsgegenständen, diese Fotos ebenfalls machen können. Aber ich kann euch sagen, viel anders wären die nicht geworden. Das heißt also, wenn wir uns die Frage stellen, wie hole ich denn das Beste aus meinem Budget, aus meiner Budgetausrüstung raus, dann kann ich euch sagen, achtet auf das Licht, achtet auf das Motiv, achtet auf eure Bildidee und dann habt ihr schon das meiste gewonnen. Und an der Stelle noch, sagen wir mal, ein Sub-Tipp zu diesem Tipp. Achtet auf die Outfits bei euch, bei euren Modellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber selbst in den 80er Jahren hätte man sich für die Klamotten, die manche jungen Mädels heutzutage tragen, noch geschämt. Und achtet darauf, dass sie sich wirklich gut anziehen. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel nochmal das Outfit anschauen vom Modell, also ganz vom Anfang. Das ist jetzt ein sehr spezielles Outfit, aber das steht hier einfach unheimlich gut, schön kombiniert, gut geschminkt. Und so wirkt das Bild natürlich schon mal x-mal besser als mit einer popeligen Jeans und einem langweiligen Schlabberpulli. Okay, ich stelle gerade fest, genau das trage ich, aber ich bin ein Mann, ich darf das. Okay. Oder eben wie gesagt, hier die Klamotte von der Sabrina, spannende Sache. Und das sind einfach Dinge, da wirkt das Bild einfach viel besser. Also achtet vor allem auf das Outfit bei eurem Modell. Und was natürlich da dazu kommt, ist, wenn ihr das dann fotografiert mit eurer Budgetausrüstung, dann kann eigentlich auch an der Stelle nicht viel schief gehen. Den nächsten Tipp, den ich für euch habe, der beinhaltet jetzt ein bisschen Kreativität. Die kann ich euch natürlich jetzt so nicht beibringen. Also, ihr müsst ein bisschen überlegen, was kann ich denn aus den Dingen machen, die mir zur Verfügung stehen. Denn jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Budgetausrüstung zurück. Ich zeige euch jetzt drei Fotos aus, wieder aus dieser Olympus-Reihe und übrigens auch mit der Sony Alpha 6300 und dem Sigma 60mm 2.8, das ich ja wirklich immer gelobt habe. Unglaublich gutes Objektiv, aber auch unglaublich günstig. Aber jedes dieser Bilder hat eine Bildidee, hat ein, irgendetwas, was einen Betrachter hoffentlich fesselt. Das heißt, wenn ihr ideenreich an eure Fotos herangeht, dann werden auch die Bilder gut. Und dann könnt ihr auch mit Budgetausrüstung fantastische Fotos machen. Und auch an der Stelle wieder die Erinnerung, ganz wichtig. Wenn ich dasselbe jetzt mit einer teuren Ausrüstung mache, passiert nicht viel im Bild. Also, es ist immer noch das gleiche Modell, dieselbe Bildidee, selbe Farben, selbes Licht. Also, ich werde hier vielleicht bildqualitativ, wenn man bei der Bildqualität von Pixelpeeping spricht, wenn es mehr Schärfe ist oder vielleicht die Unschärfe im Hintergrund, ein bisschen schmeichelhaft, das Bokeh etwas schöner. Das kann man alles machen. Aber das Bild bleibt das Gleiche. Deswegen, ein Rat einfach an euch. Macht euch nicht so viele Gedanken um eure Budgetausrüstung. Oh, ich habe nur so ein billiges Zeugen, mit dem kriege ich es doch nicht hin. Doch, wenn ihr gute Ideen habt, wird das funktionieren. So, ich hatte es ja am Anfang angekündigt, dass es natürlich mal wieder um das Thema Licht geht. Aber Leute, das ist einfach unglaublich wichtig. Das muss ich euch Fotografen natürlich nicht erzählen. Ihr müsst auf Licht achten. Ich zeige euch jetzt ein Bild aus dem Fotoshooting mit diesem Modell von ganz am Anfang. Ich mache da draußen eine extra Folge jetzt demnächst noch, aber einfach nur vorab, weil das super ins Thema passt. Das sind jetzt Fotos, die entstanden bei sehr schlechten Verhältnissen. Also schlecht im Sinne von, es gab unglaublich viel Wind, und die Location war jetzt nicht so übermaßen Brüller. Es war halt einfach auch sehr schwierig, weil es knalle Sonne war. Und mit solchen Voraussetzungen könnt ihr mit der besten Ausrüstung der Welt nichts machen, wenn ihr nicht mit dem Licht umgehen könnt, beziehungsweise dieses so verändert, dass eure Fotografie, also die Bilder, die ihr macht, profitieren. Und natürlich habe ich jetzt hier geblitzt. Und jetzt seht ihr auch, das sind sehr kontrastreiche Fotos, die wirklich wirken. Und kaum einer weiß, welche schwierigen Lichtsituationen hier vor Ort waren. Und das macht wirklich nur dieser Blitz. Das heißt, ich rate euch, wenn ihr on budget seid, kauft euch wenigstens einen Aufsteckblitz, irgendeine Lichtquelle. Und wenn es nur der Reflektor ist, das muss dazu, um das Licht kontrollieren oder gar verändern zu können. Denn dann werden eure Fotos grundsätzlich brillianter. Reden wir nochmal ganz kurz über das Thema Schärfe. Ich weiß, dass bei Budget immer schnell gesagt wird, das ganze Thema ist halt nicht so scharf, weil mein Objektiv nicht so gut ist. Das heißt, das ist eine Geschichte, die ist ganz wichtig zu wissen. Je höher eben dieser Schärfe-Eindruck ist durch hohe Kontrastwerte, desto besser ist hinterher dieses vermeintlich scharfe Bild. Also wenn man es auf diese Schärfe abgesehen hat. Und damit kann ich kompensieren. Damit kann ich dieses vermeintlich günstige Objektiv durchaus schärfer machen, als es eigentlich zeichnet. Ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. Das ist jetzt natürlich mehr eine, ich sage mal, mentale Sache. Das findet hier oben im Kopf statt. Und zwar, dieser Tipp lautet Anspruch runter. Aber vorsichtig, ich meine damit nicht Anspruch runter, weil meine Ausrüstung nicht gut ist oder vermeintlich nicht gut ist, weil ich on Budget bin und deswegen meine Ansprüche natürlich gar nicht weit oben sein können, weil ich von vornherein weiß, das wird nichts. Das ist damit nicht gemeint und das wäre auch die falsche Herangehensweise. Anspruch runter heißt, setzt euch nicht zu hohe Ziele. Das gilt vor allem übrigens auch für euch Fotografen, die eine teure Ausrüstung haben, die im Genuss sind, mit fantastischen Objektiven und tollen Kameras fotografieren zu können. Denn ihr habt es ja jetzt gesehen in den ganzen Beispielen, die ich euch gezeigt habe, wenn halt verschiedene Dinge nicht zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel widrige Lichtverhältnisse oder eben ein krasser Wind, da könnt ihr mit der besten Ausrüstung der Welt nichts machen. Wenn ihr aber an solche Fotos rangeht und sagt, hey, heute wird mein Tag, es wird das geilste Fotoshooting ever, dann werdet ihr schnell enttäuscht, weil ihr werdet in so einen Zugzwang kommen, diese Fotos besonders geil zu machen. Und das ist halt nun mal nicht immer machbar. Und Anspruch runter heißt auch, lasst mal den Zufall wirken. Geht mal irgendwo hin und habt jetzt nicht den Anspruch, dass es die Location aus der Hölle und sowas habe ich ja noch nie gesehen, sondern macht einfach mal eure Fotos. Wenn eure Location nichts hermacht, schaut mal in meine Folge rein, langweilige Location, das hier hilft. Da könnt ihr mal gucken, was man machen kann, wenn es also wirklich gar nichts mehr hermacht. Da gibt es auch einen Haufen Tricks und die gehen auch mit Budgetfotografie. Und im nächsten Tipp, das ist jetzt eine Erfahrungssache, möchte ich euch raten zu lernen. Und Lernen geht vor Kaufen. Das heißt, je mehr ihr Erfahrung macht, je mehr ihr auch mal ein Scheißshooting habt und einfach sagt, das war jetzt einfach nicht so gut und daraus lernt und wisst, warum das schiefgelaufen ist, desto besser wird es. Der Vorteil von Lernen ist, dass ihr kompensieren lernt. Das heißt, Dinge, die vielleicht dieses Objektiv oder die Kamera nicht kann, könnt ihr mit Wissen kompensieren. Und je mehr Wissen, desto besser wird das. Und das erspart euch auch den Kauf. Das heißt, ihr könnt sagen, nö, ich kaufe jetzt nicht noch zusätzlich dieses Objektiv obendrauf und es reißt ein Riesenloch in meinem Geldbeutel, sondern ich weiß, wie es geht und ich weiß meine Herangehensweise. Und das hilft nicht nur Geld sparen, sondern das macht übrigens auch unglaublich Freude, weil das macht ein bisschen auch Stolz. Da dürft ihr auch gerne mal am Ende des Tages nach Sommerfotoschule nach Hause gehen und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Das heißt also, gehen wir nochmal zurück an Anfang zu diesem Porträt. Das ist jetzt ein Bild, das soll euch zeigen, wie ich hier etwas gesehen habe. Und das Bild ist nicht einfach nur entstanden durch eine geile Ausrüstung, weil das spielt, wie gesagt, nicht so eine große Rolle, sondern ich habe das Licht kontrolliert an der Stelle. Und das Modell ist einfach schmeichelhafter ausgeleuchtet. Wenn ihr mal an die Hose schaut, das Modell, es sind Reflektionen drin, die ich gesehen habe, gesagt, hier, Stephanie, so heißt das Modell, bleib stehen hier an der Stelle. Du darfst dich gern bewegen und posieren, aber bitte bleib hier stehen, damit diese Reflektionen da sind. Und das ist eine Sache, da brauche ich keinen Blitz dazu, aber ich muss es halt sehen, dass es gut aussieht. Ja, und ich habe den Hintergrund entsprechend so gewählt, dass hier ein Kontrastverhältnis entsteht, der Komplementärkontrast zum warmen Vordergrund. und dass durch diese Streifenwirkung das Modell eine Ruhe bekommt und gleichzeitig ihre Pose machen kann und das sehr schmeichelhaft wird für das Auge. Das sind alles Erfahrungswerte, die zum Gelingen dieses Fotos beigetragen haben. Nicht mein Sigma 105, nicht meine Panasonic S5. Das hätte man mit einer Budgetausrüstung genauso machen können. Vielleicht nicht ganz so scharf, aber auf jeden Fall genauso sehenswert. Ich habe jetzt noch einen Abschlusstipp und der heißt, kauft euch Photoshop. Ja, das hören wahrscheinlich jetzt nicht so viele von euch gerne, weil mit Bildbearbeitung heute immer schnell eine totale Verfremdung verstanden wird. Gerade wenn eure Ausrüstung vielleicht Schwächen hat. Ich habe euch jetzt aber gezeigt, wie ihr diese Schwächen kompensieren könnt, aber es können vielleicht ein paar Schwächen sein, die euch persönlich stören. Ein Zehner im Monat für das Abo. Wow, das ist aber ein guter Preis für ein Tool, das derart mächtig ist, das von allen unterstützt wird. Da gibt es unendliche Tutorials dazu. Es gibt kaum ein Thema, das ihr im Internet nicht auf YouTube findet, das behandelt wird, wenn ihr mal ein spezielles Problem habt. Und teilweise auch fantastisch erklärt. Also Photoshop ist aus meiner Sicht eine Sache, die gehört eher in den Fotokoffer als ein neues Objektiv. Und Idee geht vor Gear. Also Idee geht vor eben Ausrüstung. All diese Dinge kann Photoshop noch verbessern. Und zwar wirklich teilweise, wenn ihr das gut beherrscht oder sagen wir einfach auch nur mittelprächtig beherrscht. Sehr eindrucksvoll. Und zwar ohne, dass es aussehen muss wie ein Kunstwerk. Ich weiß, ich bin selbst in Bildbearbeitung machen, Haufen Werbung für Photoshop, einfach nur, weil ich so gerne damit arbeite. Es ist ein Werkzeug, in das muss man sich reinarbeiten. Das dauert, ja, okay. Aber dafür, wie gesagt, gibt es halt auch unglaublich viele Tutorials. Ich kann euch versprechen, wenn ihr on Budget seid und ihr habt Photoshop noch dazu, wie gesagt, nur für ein Zehner im Monat, dann wird sich einiges verändern bei euch. Und ihr könnt am Anfang auch Schwächen, die noch da sind, noch ein bisschen kompensieren. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich. In diesem Sinne, in den nächsten Folgen, ich habe mir schon ein paar Zettel gemacht, kommen einige eure Ideen, die ihr mir geschickt habt. Vielen Dank nochmal dafür. Und es gibt auch wieder ein paar Making-ofs. Ich habe euch ja heute schon ein bisschen was gezeigt, aber es wird noch viel mehr und ihr bekommt viel Einblick in meine Fotografie, solange es noch möglich ist in der heutigen Zeit. Ciao, ciao. Euer Aki. ablabla. Bauch. Ich hoffe, äkale. Vielen Dank.